Jo leute was genau wie kommt weg auf einem neuen Video auf meinem Kanal hier ist Jeffy wir machen jetzt 1 gegen 1 Sniper in dem neuen Modus und da würde ich sagen los gehts ach so soll es so ja so will ich es haben nicht schießen oder sind das die Bots oh man das ist dieser eine andere Typ du nennst mich Idiot ich töte den Bot an den kann ich nicht töten hast du grad mein Bot in mein Wäldchen geklickt Macarena oh Headshot oh mein Gott du scheiß Kanacke du scheiß Kanacke Leute hast gehört sie mich äh Kanacke äh Kanacke was bin ich bin ich nicht Halt Baby hey Macarena nicht zielen vielleicht ziel ich in dein Gesicht hey unfair ich hab keine Jagdgewehre okay tschüss okay tschüss 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 ach Baby ich hab doch keine Jagdgewehre komm auf alter tschüss 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 Nachladen warte ich darf auch nachladen lass mich nachladen ich muss nachladen oha bist du ehrenlos die sag chill mal alter warte ich muss nachladen baby jetzt Was hast du Schatz? Oh, ich muss nachladen. Dachtest du, ne? Oh mein Gott. Noch in Ostkopf getroffen, oh mein Gott. Ich hab dich von 0 Metern getötet. Ja. Ja. Einfach warum ich doch Carmen aus der Schule getroffen, ne? Ich wollte mal Handy, ein Bild fragen, weil mein Handy kennt. Welches Bild? Wen hast du getroffen? Ich wollte Carmen aus der Schule. Carmen aus Krass Schule, oder was? Was, was, warte, 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 nicht töten, nicht töten, sag's nochmal. Oha, du Ehrenloser. Sag jetzt mal. Ja, von Krass Schule, ja? Ich hab gestern Kölner mit der kreisen Oberschule versucht. Ja? Ich war am Dom, ich war am Dom, ich war am Dom, ich war in der Tasche und ich hab mich gefragt zu fragen. Bist du Pussy, Alter. Hast du auch Lukas gesehen? Ja, hast du gesehen, die sind wieder zusammen, oder? Lukas und Carmen, ne? Nein, die sind nur in der Fernseher. Bist du schwul, du Bastard? Oh, 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 oh. Dich nehme ich auf der anderen Grunde so, nur weil du so frisch zu mir warst. Ich mobbe dich jetzt richtig. Ey, wenn ich in deiner Schule gewesen wäre, hätte ich jeden Tag gemobbt. Ich hätte ich jeden Tag gemobbt, wenn du, wenn du, äh, guck mal, wenn du, wenn ich auf deiner Schule wäre, ne, hätte ich dich den ganzen Tag, jeden Tag gemobbt. Jeden Tag. Oh, Mann, bitte, ich hab, ich hab keine Jacke, Wehring. Ich will, 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 ich will nicht mehr. Wie? Du schießt doch grad mit mir. Meinst du das ernst? Meinst du das ernst? Ja, meinst du das ernst, der Spasti. Schieß doch nicht auf mich. Dein, dein Bot ist ein Bot. Du bist ein Bot. Komm her. Komm her. Oh. Hat er auch Loot, lol? Ey, seit wann darf man heilen? Ich seh diesen scheiß Fischkopf. Oh Gott, scheiße. Man soll einfach den Fischkopf, hat gesagt. Hast du dich nicht getraut, zu Kampen, ähm, zu sagen, äh, kann man Wildmann? Wenn du, äh, wenn du, äh. Hättest du dich getraut, wenn, äh, äh. dein Handy voll wäre? Ja. Jaja, angeblich... Ach so, man! Ich spiele in 1 AR, ein VR AR. Ey, ich bin auch, ey weißt du was? an mein geburtstag vielleicht bin ich dann in köln vielleicht wenn ich an mein geburtstag war am 17 mai oder 18 vielleicht in köln mit meinem bruder einfach so vor dem geburtstag einfach noch können ein bisschen spaß an der ja man da gehen auch zum kölner durch sich wieder auch menschen wahrscheinlich ähnlich und dreckiger hund hier oben ich muss nachladen ich bin gangster hier ist es für dich ich friss ihn noch ich hab doch rein die gangster ok du gangster macarena nachladen nachladen unfair er hat deine schnauze du bot hey macarena mann bot so unfair fischkopf weiter hässlicher fisch fischfresse traust dich nicht arschkopf feuer fatzenkopf fischkopf und nein ich bin morgenschot ey wenn du mich fischkopf fischkopf mann naja ha du fatze kein material mehr hey macarena hey macarena 1,87 Schuss noch. Oh, geh weg. Ahhhhhhh. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ist das ein Bot? Nein. Nein. Kennst du nicht den Typen, der so sagt? Weißt du, was richtig krass wäre? Wenn du noch so sechs Freunde hätten, hätten du so ein Bot gespielt, oder? Das ist ein roter Bot. Mit Bot will ich nichts zu tun haben. Spaß. Ohhhh. Oha, ganz ruhig, Brauner. Nein. Handy? Ja. 15 rein. 61 reicht ja. Was, Tschüss? Ahhhh. Ja, 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 los mal, los mal. Deine Mutter, halt gebackbet. Scheiße, komm, trau dich, trau dich, komm. Komm, trau dich doch, komm. Trau dich doch, komm. Oh nein. Oh ja, ich hab auch das eh, ja. Zwei neue Einträge für dich. Wo? Hier und hinten ran. Keine Bälle! Oh, Hotshot! Hotshot! In die Fresse! Genau, als ich gepickt hatte. Hast du rechts? Was? Hast du rechts? Ja, ich hab rechts. Das ist rechtsradikal, oder? Was wir grad sagen? Hat das nicht Hitler gesagt? Du rechts! Jeffy, ich hasse dich! Spaß, du Fotze! Wisst ihr, Leute? Jeffy und ich machen immer so was. Ich weiß, ich will dann kriegen. Oh mein Gott, ich hab fast getroffen, du nackte Sau! Ich soll das mit dir machen? Komm da runter, du Schlampe! Sag mal, sagst du mir, komm runter! Oh, hat er mich einfach runter geschaffen? Ja, aber dann soll's noch mal. Da schießt er mich wieder runter! Da schießt er mich runter! Oh! flitschen durchgenommen ich versuche nur jacke wäre zu finden scheiß auf die anderen tippen woher die eier jeffrey hey macarena mann da gehts noch wir wohnen in einem ganz tiefen mädchen jeffrey ist eine hässige spurt halt small wer hat sich bemerkt ich ich habe es nicht jetzt musst du sehen jetzt musst du auf die schnauze bekommen du zigeuner zigeuner alter da zigeuner eine frage bist du auch zigeuner ja bin ich sind die also oh ich wollte was falsches sagen ne nix nix sind die sind die überhaupt zigeuner oder so ja wir werden sie nicht okay zigeuner ist der fisch ein bot nein okay doch komm ich hab aimbot ich hab aimbot 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 1 1 Wenn ich dich jetzt töte, hab ich N-Bot. Wenn ich dich jetzt töte, hab ich N-Bot. Wenn ich dich jetzt töte, hab ich N-Bot. Jetzt esse ich einen Pinguin. Ich weiß, ich bin ein Tierquäler, aber... Nein! Ah, Fischkoch! Nein, ich hab' meinen Kopf gefällt! Deine Mutcher! Sehr gut! Äh, Milo, kochst du heute noch? Wenn nicht, dann macht uns die Vorkleid-Weihnachts-Auchte drin. Scheiße, wir würden die Pinguin essen. Also nein. Schlampe! Was? Ich bleibe dich und nicht mich. Bastard! Mann, du Fotze! Mann, du Albaner! Mann, du Albaner! Ah! 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 Mann, du bist so ehrenlos! Mann, du bist so ehrenlos! Mann, wir sind keine Freunde mehr. Na, Spaß! Ich mein' das ernst, ne? Spaß! Du Bastard! Hör auf, dich zu heilen! Haut rein! Was nen Dreckiger! Kann doch doch. Ja, endlich. Du hast dich doch nicht geheilt, du ehrenlose. Du wolltest mich verarschen. Das merke ich nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Mann, ey, Zigeuner, Mann. Deine Mutter. Ey, Wassermelone. Du bist ein Zigeuner. Ich hab 80 Leben, also brauchst gar nicht das besuchen. Ohhhhhhhhhh. Ohhhhhhhhhh.